Felix wird euch als erstes zeigen, was wir alles in unsere Box getan haben. Wir haben einmal den jungen Kohlsalat, also Curly-Cay-Salat, jungen Grünkohl und die Miso-Mayonnaise, den vorgegarten Spitzkohl, der wurde im Ofen schon als Ganzes gebacken, die Pilzpolenta und den Brotcrumbel. Ja, außerdem brauchen wir einen 5 Liter Topf, das müsste eigentlich so der größte sein, den es so im normalen Haushalt gibt, das ist im normalen Set eigentlich immer der größte mit drin ist. Eine Pfanne, eine Schüssel für den Salat, vier Schüsseln oder Teller und die Miso-Vinigrette. Dann kannst du dreieinhalb Liter Wasser zum Kochen bringen. Deckel drauf, dann kocht es schneller. Den Salatbeutel kannst du schon mal aufschneiden. Wichtig ist, an der oberen Kante aufschneiden, den Salat schon mal rausnehmen. Den unteren Beutel, den brauchen wir als Ganzes. Zack, ja. Jawohl. Auch hier kannst du dann quasi oberhalb der Schweißnaht, sodass der untere Beutel ganz bleibt, das Ganze abtrennen. Dann können wir Wasser von zur Seite packen. Wasser kocht, dann darf jetzt der Spitzkohl und die Pilzpolenta ins Wasser rein. Vorsicht, könnt ein bisschen spritzen. Diesmal braucht der Kohl und die Pilzpolenta 15 Minuten. Unsere Zeit ist hier gleich abgelaufen. Dann können wir uns wieder ein Tuch bereitlegen und den Spitzkohl aus dem Topf rausnehmen. Gut, dass ich dem Beutel ganz zweites reingetan habe. So kann ich den leichter rausnehmen jetzt. Sehr clever. So, dann können wir uns die Pfanne auf mittlerer Hitze auch wieder vorheizen. Und dann kommt ein kleiner Schluck von dem Pflanzenöl rein. Ja. Noch ein bisschen. Wunderbar. Das ist schön. So ungefähr drei Minuten von jeder Seite. So ungefähr. So ungefähr. So ungefähr, dass es eine blaue Farbe hat. So ungefähr. Jetzt können wir jetzt schon mal die Teller wieder aus dem Ofen verfreien. Dann den Salat marinieren. So, dann haben wir auch unser Signal, dass wir das Gerät ausnehmen dürfen, die Pfanne mit dem Kohl können wir dann noch ausschalten, wenn die richtige Bräunung erreicht ist. Wenn man es rechtzeitig macht, kann er noch ein bisschen kurz zu liegen bleiben. Und dann wird das ganze mittig aus dem Teller gespritzt, den Teller verteilen, in einer kleinen kreisenden Bewegung machen und es steht hier eine leichte Kuhle, wo wir den Rest dann anrichten können. Dann darfst du jetzt den Spitzkohl auf einer Seite verteilen, da ich dich jetzt nicht da diese Entscheidung allein lassen würde, ich würde dir den Link empfehlen. Hätte ich jetzt auch, genau. Sinn. Dann könntest du den Spitzkohl noch etwas mit Salz würzen. Traumhaft. So, dann darf der Salat auf die andere Seite verteilt werden, in dem Fall die rechte. dann wird der Brotcrumble gleichmäßig auf die vier Spitzkohle verteilt. Das heißt, so wie im Laden auch ungefähr zwei Löffel. Richtig. Das habe ich mir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. So, und bevor, dann kannst du hier quasi die Mayonnaise nehmen. Und da schneiden wir ein ganz kleines Eckchen nur ab, circa fünf Millimeter. Wir nutzen das dann sozusagen als Spitzbeutel. Fertig. Die ganzen Zickzackbewegungen über den Kohl, Salat, ein bisschen verteilen. So, fertig ist der Spitzkohl. So, fertig ist der Spitzkohl.